So, jetzt habe ich eine Oberkörperbelastung eher gezielt, weil ich habe die Belastung auf meine Händgelenke mit einem Befestigungsgerät, das um meine Hände geht, mit dem Bredamax Karabinenhaken fest auf die pink Funktionsbänder. Ich muss dann quasi diese Belastung mitziehen, ich muss meine Arme quasi in den 90 Grad Dynamik lassen und nicht versuchen aus den 90 Grad rein, in einer 90 Grad nach oben, das geht nicht, aber von hier geht's. Das belastet viel die Schurterlinke, aber er produziert sehr viel Rotation in der Rumpfbereits. Wir arbeiten bei 7 kmh. die Schrauben. So. 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 So.